Tag, Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Ghoulacooster Tycoon 3 CFR. Diesmal mit, äh, wo ist das? Warte. Ja, ich hätte das hier nehmen können. Äh, ja, wir sind gleich da. Take off. Ja, mal wieder. Man muss natürlich, wenn es so weit weg ist, löst sich das auf. Man kennt das nicht von in real life. Man geht einfach hier den Weg und wenn man zu weit weg ist, löst das sich einfach aus. Ähm, und zwar auch hier. So. Machen wir es mal schön. So. So. Ja. Mach mich furchtig. So. So weit. Okay. Natürlich erstmal testen. Testen. Draufklicken. Ha, die sind die ersten ohne euch. Ha. Oh. Uh, uh, uh. Aber es sieht nicht so aus, ob man das in den Dunkeln spielen kann. Hm. Ja. Los. Boah. Uh, yeah. Ist das geil. Los. Hallo. Heute noch. Los. Ich werde heute noch irgendwas Spannendes erleben. Och, komm. Ja. Das wird schon mal langsam. An mich. Ich weiß nicht, äh, wie es bei euch ist, aber... Mich erinnert das irgendwie an was. Das jetzt geht die ganze Zeit so. Oder geht das noch hoch? Ich hab keine Ahnung. Doch, das geht hoch, ne? Ja. Ey, es seien hat mich aber vorher an irgendwas. Also auch eine Attraktion, aber... Ja, ich glaub, ich bin echt mit sowas gefahren. Hat echt gebockt. Ja, oh. Das ist cool, find ich. Hätte aber anders sein müssen. Irrelevant. Denn es ist jetzt so. Sag mal, wie sieht's so von außen aus? Ja. Ja, genau mit sowas. Ist das schon maximum hoch? Nee, es geht noch höher. Äh, äh, was ist das denn? Muss man nicht verstehen. Ah. Hab gesehen, dass ich Zweitschrom gemacht hab. Naja. Ja. Das ist cool, ja. Ja, ja, also... Äh, 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 ja, also... Keine Ahnung, warum. Was sagen die... Äh, die da dazu? Ja, gut, okay. Geht ein bisschen lang, oder? Ja, nochmal so. Nächstes Mal richtig drehen hier. Äh, doch, Licht hat es. Ah, nur unglaubliche 22 PL. Nochmal. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Es dauert einfach über den Tag, glaub ich. Ja, gut gemacht so, aber... ...much schneller gehen. Äh, also... ...meinung. Halt. Weil es ist ja blöd, wenn man das in ein Szenario nehmen will und... ...das einfach über den Tag dauert. Was natürlich logisch ist. Das will man ja nicht abstreiten. Also... ...wär es nicht einmal ein Tag... ...ne ganze Zeit mit derselbe Gefahr. Also, jetzt schreibt nicht hin, dass ihr das Menü gemacht habt. Oh, ey. Komm. Ja, ganz hoch, komm. So. Ja, ist schon, ne? Was sagen die dazu? Ich hab gesehen, dass da zwei Plätze frei sind. Der da, ey. Guck den an. Oh, ja. Sein Gesicht. Ja, die sind nicht begeistert davon. Naja. Irrelevant. Würde ich natürlich sagen. Äh, ich freu mich über ihr. Das Like. Und bis zum Ende.